Boah, ich brauch Milch, Alter. Scheiß mal kurz aufs Schiff, ich brauch echt noch meine Milch. Ich kill da die Katze noch hier, da schreibt ein anderer, wo ein anderer Hacker schreibt ein anderer, da schreibt ein anderer, that's GTA. Als wär's schon Standard. Und geil. Oder was, stand da? It's GTA, dude. Ach so. Oh, meine Milch geholt. Hardcore. Lol. Echt jetzt? Das war jetzt einfach nur draufgeschossen. Ne, Mann, oder? Lol. Was? Ja, grade, ich hab einfach nur draufgeschossen, nicht mal richtig draufgeguckt. Dreifach zieht das Schiff raus. Und das war das Bum – schöner. ні pisat. Ich kann euch wohl bewusst videos an STM und garcía egal. Ich los, weis, die wir noch nicht im judging. Und jetzt, mal w Borderli. Insgesamt gar nicht die Manuelgemeinerinnen die überall auf TOkay, überhaupt ganz die Uhr. Dort sind meine постав.